Ting-a-ling-a-ling, school-bella-ring, knife-an-fuck-an-fight-be-dumpling, booyaka-booyaka. Ist das Allergy? Nicht ganz. Ah, booyaka war auf jeden Fall da auch. Ja, der hat es. Yo, was geht, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Bro. Bro. Was hältst du? Was hältst? Hast du, okay, hast du mitbekommen von den neuen Glasses? Von den neuen Glasses? Von den neuen Apple Glasses. Achso, ja. What do you think? Also entweder es wird übertrieben cool oder richtig kacke. Und das war es mit der Einschätzung von Jay Samuels. Du meinst gerade diese VR-Brillen, die aber auch AR integriert haben, ne? Ja. Also für Leute, die das nicht wissen, Apple hat bei einem neuen, was ist das? Keynote? Nee, wie heißen diese? Du weißt doch, jedes Jahr hat Apple so eine Konferenz, wo die so angeben, was die so alles sich ausgedacht haben. Obwohl es eigentlich nur Sachen sind, die Android schon recht lange hat. Und, äh, nein, nein, und, ähm, okay. Man kann jetzt seinen Namen rüber schicken. Hast du es gesehen? Was soll ich sagen? Genau. Und, ähm, bei dieser Konferenz, die sie jährlich halten, ähm, hat Apple eine neue VR, also Virtual, ich kann nicht sprechen, Virtual Reality Brille vorgestellt, die aber auch AR, also Augmented Reality, ähm, mit integriert hat. Was bedeutet, dass du einmal, wenn du sie aufsetzt, bist du in so einer, in so einer virtuellen Welt. Aber AR bedeutet, dass du auch noch Teile der Außenwelt wahrnimmst und diese generierten Sachen quasi in die Außenwelt integriert werden. Also, quasi VR wäre so, du spielst ein Videospiel und du siehst gar nichts und AR wäre zum Beispiel, du bist auf Maps und, äh, läufst draußen lang in, in der wirklichen Welt und die werden so in der Welt quasi so Pfeile angezeigt. Okay, bieg jetzt hier ab. Ähm, aber du siehst immer noch deine Außenwelt, aber es ist einfach so. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Brille dafür sorgen könnte, dass das Mainstream wird, weil halt Apple ist quasi das, also eigentlich wirklich das mitunter Mainstream, die mitunter Mainstream, streamigste, wie sagt man das, die mitunter Mainstreamigste Elektronikmarke. Also, ich glaube, jeder, also es ist doch voll trendy, so ein iPhone zu haben und ein Mac zu haben und so und ich glaube, könnte sein, dass das vielleicht auch einfach der, zu der Popularität von VR beisteuert. Also, die haben zum Beispiel auch neue Chips angesagt, ähm, mitunter auch bei dieser Präsentation. M3, kann das sein? Nee, ich glaube, es ist derselbe, ich glaube, es ist der M2-Chip, der da drin ist und dann noch ein weiterer Chip, der irgendwie R2 oder R3 hieß oder so. Ah, okay, ja. Und that, I don't know what that is. Ich auch nicht. Ähm. Leute, ihr habt sie zuerst gehört. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber 3500, also das ist voll die komische. 3500? Ja, also 3500. 3500 zu sagen. Ja, im Englischen sagt man das manchmal. 3500, ja. 3500 ist so hart, dass die meisten Leute, die eigentlich mit sowas so rumhantieren müssten und, und, äh, weiß ich nicht, damit sich das so, da müssten auch so viele Youngins, äh, mit rumspielen und sowas. Weißt du, was ich meine? Oh, warte, die Brille kostet 3500? Ja. Ui, ui, that's a lot. Die einzigen Kids, die das haben werden, sind ja dann nur die, die von ihren Eltern 3500 Euro Geschenke bekommen. Ja. That's not a lot of kids. Glaub ich. Also es ist nicht die Mehrheit. Ich war einfach nicht einer von diesen Kids. Ja, aber so, weil das Geld haben ist ja auch nochmal eine Sache und 3500 Euro Geschenke zu bekommen ist nochmal eine andere Sache, so, weißt du, was ich meine? Ja. Die Eltern könnten sich das theoretisch leisten, aber das als Geschenk. Vielleicht wollen sie sich das selber holen, aber ich hab auch eine VR-Brille hier. Ja. Deswegen hab ich dich ja auch gefragt, weil du ja schon so ein bisschen, weil ich weiß nicht, hast du die Commercials dafür gesehen oder halt so die Features von dieser Brille? Ich hab ein bisschen was von ein bisschen was auf TikTok gesehen. Okay, ein bisschen was von ein bisschen was. Weil das ist halt das Ding, weil ich fand schon einige Features ziemlich interessant und ich dachte einfach so, okay, weil du eine hast und so schon ein bisschen damit rumgespielt hast und ein bisschen Erfahrung damit hast, sagen dir diese Punkte sogar vielleicht noch mehr so, oh nice, das ist so viel anders als bei... Was gab's denn für Sachen, die dir aufgefallen sind? Ich weiß nicht, ob's mir jetzt gerade alles aus dem Kopf wieder einfällt, aber eine simple Sache, die ich auf jeden Fall sehr, sehr nice finde, weil ich glaube, ich hab schon mal VR-Brillen drauf gehabt und fand das halt so... Weil VR soll dir suggerieren, du bist in einer anderen Welt und dann siehst du Pixel im Display und das bringt mich persönlich raus. Okay. Jetzt nicht ganz raus, aber so, ja, du siehst halt Pixel und das hat jetzt zweimal 4K-Displays. Aha. Each Eye. Ja. So. Und das sind auch, glaube ich, so auch aus anderen Hinsichten krasse Displays. Okay. Das heißt, das ist schon mal sehr interessant. Dann überhaupt, dass es auch VR gleichzeitig sein kann. Ja. Nee, Entschuldigung, AR auch gleichzeitig sein kann. Ich wusste, was du meinst. Ja. Das heißt, das ist diese ganze... Ich weiß nicht, ob da nur so ein Glas ist und du durchgucken kannst. Ich glaube, das sind Kameras wahrscheinlich, durch die du durchgucken kannst. Ich glaube auch. Ja. Aber trotzdem, dass du die Welt um dich herum weiterhin so 3D sehen kannst und jetzt auf einmal AR reinmachen kannst, das ist, das finde ich am krassesten eigentlich als VR schon fast. Okay. Da, keine Ahnung, da gab es ja auch so lustige Gimmicks wie, man sieht deine Augen auch, wenn man mit dir redet. Weißt du, was ich meine? Deine Augen, wenn man mit dir redet. Achso, während du die Brille aufhast. Wenn du die Brille aufhast und jetzt aber im AR-Modus bist, sehe ich deine Augen. Ah. So, dass ich mit dir interagieren kann, dir in die Augen gucken kann. Aber auch, weißt du, du bist ansprechbar. Sobald du in der VR bist und mich nicht mehr siehst, wird dein Display quasi, da kommt so eine Animation und so, ist nicht mehr durchsichtigt. So, ah, der ist jetzt weg. Verstehe. Und dann gibt es aber auch sowas wie zum Beispiel, ich spiele gerade irgendwas oder gucke gerade was. Du kommst jetzt, setz dich hier hin. Und wenn du jetzt hier hinkommst, der detektet das und jetzt wirst du mir eingeblendet in meine View. Ja, stimmt. Ich glaube, das habe ich gesehen. Das ist auf jeden Fall eine coole Funktion. Also, bei der jetzigen Brille, also ich habe die Oculus Quest. Was die hat, ist, also die hat auch Kameras dran, um quasi die Umgebung zu tracken. Und du kannst auch deine Umgebung sehen, wenn du quasi, weil du legst quasi auf dem Boden zum Beispiel so ein Feld fest. Und in diesem Feld bewegst du dich, das ist ja eine Gaming Area. Und sobald du aber dieses Feld verlässt oder zu nah rankommst, dann zeigt dir die Kameras plötzlich die Umgebung. Und das ist quasi, du kannst auch alles sehen. Also, das hat auch Kameras nach außen. Ja. Und du kannst alles um dich herum sehen. Hat das dann auch AR? Nee, das ist das Ding. Also, das wurde nicht integriert. Die Kameras sind ja auch, die Kameras sind quasi gut genug, dass du alles sehen kannst. Aber sie sind zum Beispiel auch nur schwarz-weiß. Oder zumindest wird es dir nur schwarz-weiß angezeigt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Farbe aufnimmt. Aber es ist nicht dafür designt, dass du AR irgendwie, also die sind nicht so voll hochauflösend, damit du dann auch so voll die geile Experience hast, wenn du AR sehen würdest. Deswegen ist das nicht. Aber ich, zumindest gab es das schon, dass, wenn zum Beispiel auch du zu nah an eine Wand kommst oder dann Hindernis kommt oder sowas, dass es dann reagiert und einblendet. Okay, interesting. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die sowas eingebaut haben, weil das macht Todessinn. Weil sonst würden wir noch viel mehr Videos davon haben, wie Leute in ihr Fernseher reinspringen. Beziehungsweise, warte, jetzt will ich drüber nachdenken. Ich glaube, okay, ich glaube, die Funktion ist aber ein bisschen anders. Ich glaube, das ist so, wie gesagt, du legst diese Barrier fest, also diese Begrenzung. Und ich glaube, das ist dann das, was dir angezeigt wird. Also im Sinne von, wenn du zu nah an die Begrenzung kommst, dann wird dir die Außenwelt eingeblendet. Aber ich glaube, was die Brille jetzt nicht hat, was dann diese Apple-Brille anscheinend hat, ist, dass wenn einfach jemand dir näher kommt oder ein Hindernis dir näher kommt, dass es dann automatisch eingeblendet wird. Und ich glaube, das wäre dann neu. Also zumindest hat es nicht die Brille, die ich habe. Okay. Zwei weitere richtig krasse Features, das soll hier keine Werbung sein, ich fand es einfach nur wirklich ernsthaft krass, war einmal die Steuerung. Also beides ist quasi eigentlich ein Punkt, die Steuerung. Bro, du kannst mit, sowohl mit kleinen Gestiken steuern, weil das hat halt Sensoren irgendwie, 360 with it, so. Ja. Und du kannst einfach hier so zum Beispiel so den machen. Kannst du erklären, was du da machst? Ich sitze gerade im Schneidersitz, habe meinen rechten Arm auf meinem Knie und ich streiche quasi nur so, ich spiele die kleinste Violine der Welt. Mit deinem Finger? Ja, mit Daumen und Zeigefinger gerade. Das heißt, so ein kleiner Twitch, so ein kleiner Mr. Crabs Move. Und das steuert die Brille? So kannst du auch einfach die Brille steuern. Weil das hat, wie gesagt, 360-Sensorik und du kannst wo einfach Gestiken und sowas festlegen. Wahrscheinlich auch irgendwo hintatschen, einfach in die Luft, glaube ich. Nicht sicher damit. Und das andere, was ich richtig krank fand, ist, du kannst auch mit den Augen steuern. Okay. So, das heißt so, du guckst einfach zum, also stell dir vor, du hast eine Tastatur, du guckst einfach die ganze Zeit zu den Buchstaben, den du krass tippen willst oder sowas. Oh, wobei ich glaube, das ist eventuell anstrengender, als die Finger zu benutzen. Probably. Aber ich glaube, für andere Sachen ist es trotzdem entspannt, so, welches Video suche ich jetzt aus? Ja, stimmt, einfach angucken. Einfach angucken, wie intuitiv ist das denn, Alter? Wobei, nicht, dass du dann so, du weißt, die machen immer wieder so ein Booty irgendwo rein. Weil es gibt doch, kennt so diese Eye-Tracker, ne? Diese Eye-Tracker-Videos, wo so Leute dann aus Versehen auf Sachen gucken, auf die sie gar nicht gucken wollen. Oder vielleicht wollen sie auch drauf gucken, aber wollen nicht. Sir, you just got caught in 4K, Booty-TV. Und immer wieder so, nein, ich hab schon wieder das falsche Video, weil du immer wieder, Booty-TV? Kennst du das nicht? Die schicken immer so ein Girl mit so einem Massive Gluteus Maximus und dann filmen die immer. Und so, gerade wenn zwei Leute oder eine Person oder sowas irgendwo langläuft, schicken sie dann los. Und die läuft dann und dann drehen sich alle immer um und dann kommen sie direkt so mit so einem Interview oder so. Excuse me, Sir, you just got caught. Aber niemand war sicher, auch nicht die Frauen, also... Hm? Niemand war sicher, auch nicht die Frauen. Bei den Kalibern von Booty haben sich alle umgedreht. Ach so, auch die Mädels. Ja, ja, ja. Was ist jetzt zum Beispiel bisher die Kontrolle bei Oculus? Das ist wahrscheinlich Joystick, oder? Ja, genau. Also, ähm, also, ähm, du hast da quasi zwei Controller in der Hand, ähm, und du kannst, ja, du kannst dann einfach die Joysticks bewegen, die an dem Controller dran sind. Plus, er nimmt zum Beispiel auch die Bewegung deiner, ähm, Joysticks wahr. Also, keine Ahnung, du kannst hochnehmen und runternehmen, aber ich glaube, die, die haben auch, also die Controller selbst haben auch eigene Sensoren. Aber ich glaube, es nimmt auch, also, die Kamera hilft auch, also, es ist ein Zusammenspiel zwischen der Kamera und dem Controller. Das ist natürlich krass, wenn man keinen Controller braucht. Vor allem, wenn das sehr akkurat ist. Wenn das jetzt, wenn das nicht so akkurat ist, dann hätte ich sogar gedacht, ja, okay, dann wäre es schon gut, wenn man den Controller nutzen kann, wenn man will. Ja. Aber wenn das jetzt wirklich so akkurat ist, dass du keinen brauchst, das ist natürlich auch ein Gamechanger, dann brauchst du nur die Brille irgendwie, ist ja voll verrückt dann. Ja. Was auf jeden Fall mies ass suckt, ist, äh, das hat die ganze Zeit so ein, ähm, eine Powerbank mit dabei. Ui. Ja. Ah. Weil das Ding ist, du musst mal überlegen, die haben so eine Hardcore-Technologie in diese Brille reingepumpt, zwei Chips, weißt du, was ich meine, zwei 4K-Displays. Und wo hängt die Powerbank? Sensorik, Kameras, äh, achso, das hat auch so Spatial, ist auch voll crazy. Du kannst auch so, wenn du in der Luft dann Sachen, äh, zum Beispiel irgendwo platzierst, äh, hast du auch Spatial Sound, also Sachen kommen, die Sounds kommen von, wo sie auch kommen. Ah, okay, ja, cool. Das heißt, du kannst zum Beispiel, du kannst, äh, irgendwie so einen Zoom-Call mit mehreren Leuten haben und du könntest jetzt so ein Gesicht links, eins rechts, so, bisschen wie bei, ähm, äh, Avengers, ja, okay, ja. Aber du weißt, es ist eine Szene, die ich meine. So, und du hast dann einfach diese Dinger vor dir. Wobei das ja eigentlich sogar den Prozess komplizierter macht, wenn du so, du machst einen mit Absicht hinter dir und einen. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist cool, dass es geht. Ja, ja, genau. Und dann kannst du einfach, nee, weil, was ich damit sagen will, ist, es ist, es, 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 es wäre dann ein Stück näher wie die Realität, weil du kannst ja Sachen an Orte hinpacken. Du kannst ja, zum Beispiel, falls das irgendwie sich etabliert, dann werden wir keine TVs mehr irgendwann haben. Falls so eine Art etwas sich etabliert, kann es durchaus sein, dass wir zumindest uns mehr von anderen Displays bewegen, weil du kannst jedes Display in jeder Größe überall haben. Und wenn die Auflösung gut ist und die, ähm, der Kontrast und so die Helligkeit, ab, ab dem Moment, vielleicht sind wir da noch nicht, aber ab dem Moment gibt es eigentlich keinen, keinen Sinn darin, extra TV zu haben, falls jeder sowas hat. Also, doch schon, falls halt nicht jeder sowas hat. Genau. Ich habe aber gesagt, falls jeder sowas hat, du so, doch schon, falls nicht jeder sowas hat. Nee, aber ich meine, also, ich meine bloß, selbst wenn es so richtig Mainstream wird und so die meisten das haben, ist ja trotzdem so, ja gut, ich habe aber keins, sowas. Ja, genau. Ich will was gucken. So neun Freunde. Ey, wollen wir fernsehen? Gucken sie ihre Brille einfach so, hä, Digga, hast du keine 3.500 Euro locker? Was ist mit dir los? Aber das war auch voll weird, Mann. Neulich war Karneval der Kulturen und ich war mit T-Nice unterwegs und wir wollten so, wollten so feiern gehen und dann haben wir gesehen, irgendwie so die offizielle Party an dem Tag war irgendwie so eine Kopfhörer-Party. Ach so. Ja, das heißt, das ist basically das, was wir gerade gesagt haben, nur für Party. Und wir haben auch recht lange überlegt, aber wir dachten so, Mann, das ist doch voll weird, Alter. Ich glaube, aber ich habe doch nie gedacht. Ach so, aber es ist nicht so, dass jeder andere Musik hört. Doch, Digga, jeder kann einen anderen Channel. Ja, das ist kacke. Ja, das ist richtig weird, weil jeder hat einen anderen Rhythmus und ist in einem anderen Film. Was ist das? Es sei denn, das wäre natürlich krass, wenn die so einen DJ hinten haben, der alle Tracks in der gleichen BPM immer laufen lässt. Also, du kannst nur entscheiden zwischen Tracks, die die gleichen BPMs haben und dann hat aber jeder trotzdem irgendwie einen anderen Vibe. Ja, anderen Vibe und ich glaube, du kannst ja trotzdem einen anderen Rhythmus trotzdem haben, trotz selber BPM. True. Das heißt, nur Songs, die den gleichen Rhythmus haben, aus einem anderen Song. Es wird sehr interessant. Jetzt ist das noch voll, voller Abfuck. Und ich denke mal auch, das ist eher so ein, es geht los, Leute. Und das ist quasi das iPhone 1. Also, sofern es sich etabliert, ich weiß, also, weil es könnte auch, wie du gerade meintest, es könnte auch passieren, dass sich das nicht durchsetzt. Ja. Weil, das ist schon sehr teuer. Also, klar, das klingt mega krass, aber ein Ferrari klingt auch mega krass, aber ich hab keinen. Das ist ein bisschen doll, aber so, also, weißt du, wie ich meine? Einfach, andererseits, achso, und das andere, was du gerade meintest, ist Powerbank. Ja. Powerbank inwiefern? Ist halt, ist so eine Apple-Powerbank, glaube ich. Aha. Was ist eine Apple-Powerbank? Ist einfach eine Powerbank von Apple. Okay. Also, falls die, falls die miese Maufocker sind, dann sagen die bestimmt auch noch so, du kannst nur diesen, achso, boah, das wäre ja dreistiger. Du musst Powerbank extra. Du kaufst du die Brille und so, ja, aber Powerbank ist nicht included. Äh, aber wo, ähm, wo? Na, hinten ist so ein Kabel. Ja. Und dann kannst du den, kannst jetzt die, kannst du hinlegen, in deiner Tasche haben, sonst wo, und Kabel führt dazu. Es, 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 es funktioniert, aber es ist Kacke. Ja. Es ist definitiv Kacke und man braucht definitiv eine bessere Lösung dafür, weil kein, keiner, keiner hat, also das Problem, das größte Problem ist ja sowieso schon, erstens, keiner hat 3,5, zweitens, keiner hat Bock mit so einem fetten Ding rumzulaufen. Ja. Außer vielleicht auf der Fashion Show. Wie fett ist die Brille? Ist die, ist die so in einer Größe, wo man sich sagen könnte, hey, die würde ich einfach, die würde mich draußen nicht stören? Ich bin der Meinung, es gibt Menschen, die das sagen könnten, aber nicht jeder. Und was mit dir? Mich würde es stören. Okay. Also, weil meine Brille würde draußen stören. Ja. Auf jeden Fall, die ist relativ groß dafür. Ich glaube echt, der Preis ist, der Preis könnte ein Problem sein. Und weiter geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Heute mal wieder mit Wow, der Streaming-Dienst, der deine Mom auf den Kopf stellt? Der meine Mom auf den Kopf stellt? Warum denn? Wow. Achso. Weil die Serien sind so gut, wenn deine Mom so ins Zimmer reinkommt, ist die auf einmal so kopfüber. Weißt du, was ich meine? Heute mit dabei HBO's The Idol, eine Serie von Sam Levinson, dem Macher von Euphoria, die es übrigens auch mit beiden Staffeln auf Wow zu sehen gibt. Nachdem ihre letzte Tour komplett gefloppt ist, versucht die Popstar-Künstlerin Justin sich wieder an die Spitze zu kämpfen, wobei sie den Nachtclub-Besitzer Guru Tedros kennenlernt, der sie in ihren Band zieht. Das Ganze sah ziemlich spicy aus, also ich hab die Serie noch nicht gesehen, aber allein schon der Trailer sieht so aus, als solltet ihr die Serie lieber nicht alleine gucken. Oder vielleicht erst recht doch alleine gucken. Ja. Und habt auf jeden Fall Wechselunterwäsche mit dabei, just saying. Das Ganze kann man sich scheinbar als eine dirty, nasty Version von Euphoria vorstellen, nur eben nicht auf Highschool oder sowas bezogen, sondern auf das L.A. Showbiz. Die Serie ist seit dem 5.6. bereits online auf Wow mit einer Folge und wöchentlich geht's weiter. Außerdem gibt es ab dem 16.6. einen neuen A24-Film auf Wow zu sehen. Und ich will mal kurz die Beschreibung vorlesen, die hier steht. Hier steht in Anführungsstrichen, lass uns einen Agatha Christie-Cloedo-Mörderfilm machen, aber für Gen Z und auf Recreational Drugs. Ich muss sagen, sah ziemlich so aus im Trailer. Also der Trailer sah zumindest so aus. Wir haben den Film noch nicht gesehen, der ist, wie gesagt, erst ab dem 16.6. zu sehen, aber mit Pete Davidson und Lee Pace in den Haupträumen. Und ich glaub, die Hauptdarstellerin von Bora 2 spielt da auch mit. Ah. Falls ihr Bock auf den ganzen Spaß bekommen habt, dann klickt doch sehr gerne den Link in der Infobox oder geht auf www.wow.tv.de und gönnt euch das 6-Monats-Angebot. Da kriegt ihr Filme und Serien für nicht mal 10er im Monat und das Ganze 6 Monate lang. Und weiter geht's mit dem Podcast. Also weil ich will auch keine 3.500 Euro ausgeben. Ja, so, um dann was genau zu machen. Ja, so. Also so, es ist todes cool, aber du machst so das, was du machst, in jetzt cool. Ja, also. Mit extra Steps. Du setzt dir nochmal so ein Ding auf, damit du die Welt um dich nicht herum siehst und es hat aber teure Kameras, die dich alles wieder sehen lassen. Und die Displays, die du, so, die sind jetzt wieder... Ich glaub, Ton ist cool, versteh mich nicht falsch. Es wird bestimmt Experiences geben, die du so nicht hast. Also, ich bin auch ein großer Fan von VR, also sonst hätte ich ja diese Brille nicht. Und an sich sind so Announcements voll interessant. Also, wie auch alle wahrscheinlich gerade merken. Wir haben gerade richtig lange schon darüber geredet. Also, an sich bin ich voll hyped für sowas. Ich mein, okay, ein MacBook kostet auch 3,5 oder noch mehr, keine Ahnung. Aber ich würd sagen, dass ein MacBook mehr... Ach so. Also, du hast ja direkt... Das ist ja direkt ein Computer auch dann. Oder is it? Also, weiß ich nicht. Weil, falls ja, kann so jemand, der gerade einen Rechner holen will, schon einfach das. Aber, hm, okay, ja, das ist aber auch krass. Dann so Arbeit, die man normalerweise am PC macht, zum Beispiel... Überall machen. Aber, aber, aber... Das wär auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig für mich auf jeden Fall, das dann in VR oder meinetwegen AR immer zu machen. So, keine Ahnung. Also, wir zum Beispiel, wir schneiden viel, schreiben auch viel und so. So, das in VR zu machen, immer. Also, du hast kein PC, weißt du, was ich meine? Sondern... Aber überleg dir mal, du könntest jetzt einfach ins Gym gehen, auf dem Rad sitzen, falls das etwas ist, was man gerne macht. Und du könntest jetzt einfach so locker paddeln, sodass du jetzt nicht die ganze Zeit außer Todes, außer Puste bist. Aber so dabei einfach schneiden, Film gucken, chatten. Oder halt, arbeite heute aus dem Park aus. Oder... Hm. Wo auch immer. In der Bahn kannst du hast... Du hast in der Bahn dein komplettes Setup theoretisch. Ja, das ist schon krass. Das ist crazy. Also, ne, ich will jetzt gar nicht einer von diesen sein, die so sagt, so, äh, kennst du diese Leute früher, die gesagt haben, hör, ich verstehe das Internet nicht. Es gibt doch Briefe. Du hast ja theoretisch auch so, du kannst auch dein Laptop mitnehmen. In der Bahn. Ja. Aber wenn ich gerade darüber nachdenke, das ist Todes der krasse Gedanke, so, diese Station, also, ich finde, das ist definitiv anders, als ein Laptop auf deinem Schoß zu haben. Ist es auch, ist es auch. Natürlich. Also, weil, überleg mal, du hast alleine ein Multi-Display-Setup. Ja. In der Bahn. Ja, stimmt. Du hast so die drei fettesten Displays einfach vor dir. Ja. Tastert du alles, was du willst. Also, das ist natürlich krass. Und der Vorteil an VR ist, dass es gibt quasi kein Limit an, also doch, theoretisch schon der interne Speicher, aber so, es gibt quasi kein Limit an, an was für Equipment du dann da hast. Also, du kannst von Musik-Equipment bis Video-Equipment und Schnitt und weiß ich was, also, das ist halt für uns jetzt interessant, aber halt auch so, ja, egal welche Arbeit, die am PC stattfindet, du kannst das größte Setup der Welt haben. Du kannst einen Bildschirm so groß machen wie ein Kino-Display, wenn du willst. Und eine andere Sache, die ich an VR immer voll cool finde, ich weiß, wir sind noch nicht da, aber sobald es halt wirklich so ist, dass du, dass VR wirklich krass ist und man sich dauerhaft in VR befindet, kann ich mir vorstellen, dass so viele Leute auch nicht unbedingt ein großes Problem damit haben, wenn so ihre Wohnung kleiner ist oder so, oder zumindest so die Einrichtung ist denen nicht mehr so wichtig oder sowas, wenn du so eh immer in VR dich aufhältst. Oh, scheiße, Mann, das läuft nicht auf Bodenhaltung hinaus. Auf Bodenhaltung? Ja, wir werden irgendwann so, du brauchst einfach nur noch so ein Mini-Schlafzimmer als Mensch. Ach so. Weil du alles da drin hast? Also, ich glaube, du brauchst ja trotzdem den Platz, um dich innerhalb von VR als Mensch bewegen zu können. Ja, true. Das heißt, du brauchst schon einen Raum irgendwie, aber, also ich will jetzt auch gerade nicht dafür sein. Nein, wobei, dieser Pad auf dem Boden, der löst das eigentlich auch noch. Der Pad auf dem Boden. Kennst du nicht diesen, der, wo du mit Gurten festgemacht hast und in VR rennen kannst? Ach so, ja. Genau, ulkig heißt, ähm, bei mir ist einfach gerade die Übersetzung nicht eingefallen, obwohl ich, kennst du es, wenn du weißt, was es heißt, aber mir fällt kein System ein einfach, ähm, sowas wie so komisch. Ah, okay. Also, spaßig, komisch, lustig, seltsam, absonderlich. Und man sieht ulkig aus, während man an diesem Ding ist. Ja. Man sieht seltsam aus. Ja. Ich finde das Wort ulkig ziemlich ulkig. Ja. Ich war gerade so die ganze Zeit von, ja, es juckt mich eigentlich gar nicht. Je mehr wir gerade darüber geredet haben, desto mehr war ich so, hm. Aber dann ist mir so eingefallen, all das, was cool ist, kannst du gar nicht machen, weil du wirst zusammengeschlagen und dann wird es dir einfach weggenommen. Wie? Na, versuch mal in der Bahn mit so einem todesteuren Brille, wo du so deine Umgebung nicht siehst, Ach so. zu arbeiten. Das ist doch eine Einladung. Naja, bei der Brille kannst du ja, sobald dir jemand zu nahe kommt, siehst du ihn wieder. Ja, okay. Das heißt, du chillst so in deiner Welt und du siehst so eine Faust ganz kurz. Oh, nice. Vielen Dank. Ja, du musst dann immer mit so Bodyguards raus, wenn du... Ja, im Park oder sonst. Okay. Ja, dann weiß ich, bis ich Bodyguards habe und dann... Oder mit richtig breiten Freunden. Ihr könnt euch ja abwechseln mit der Brille. Ach so, ich dachte mit Bodyguards. Ach so, ja. Das auch. Okay. Also quasi einer übernimmt den Bodyguard-Part. Verstehe. Mir macht aber auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass es so eine krasse Sensorik hat. Weil jetzt überleg mal, eine Technologie überwacht jetzt alles, was du dauerhaft im Internet siehst. Weißt ja sogar, wo du hinguckst. Und dann kannst deine Facial Patterns... Okay, das kann eigentlich theoretisch unser Handy schon längst... Also ich sag mal so, ja, es ist noch krasser als das Handy. Aber wenn man sich darüber Sorgen macht, dann ist man... Also wir sind schon längst... Ja, ja. Weil... Vorbei. Die sind ja auch both directions. Ja. Haben wir ja gar nicht mitgekriegt, wie die eigentlich... Egal, wie rum du dein Handy hältst. Ja. They can see. Na doch, also du kannst es so in die Hosentasche stecken. Ja, ja, genau. Was ich mich frage ist, wäre es nicht viel besser, wenn wir uns dahin bewegen, dass unsere Handys... Unsere Handys wären doch gerade sowieso immer lächerlich stärker. Also die Leistung... Die haben schon die Leistung von... Ich glaube, mein Laptop vor ein paar Jahren hatte nicht die Leistung, die ich hier drauf habe. Also so vor zehn Jahren war unser Laptop so krass wie unser... Also man kann ja... Nicht mal. Also ich bin der Meinung, ich kann gerade krassere Sachen mit meinem Handy machen, als mit dem ersten Laptop, das ich mir selber gekauft habe, so von Jobs. Warte. Nicht von Steve. Doch, auch von Steve. Nee, das war kein Apple. Nee, war der erste... Das war mein zweiter. Ah, okay. Ich kannte mit denen. Ähm... Davor hatte ich einen, der noch etwas shittiger war. Ah, okay, okay. Weil der... Ich glaube, der war ein bisschen besser als dein Handy jetzt. Weil du hast so After Effects VFX mitgemacht und so. Ich glaube, das kannst du mit Handy nicht. Achso, mit dem MacBook? Ja. Du hast so richtig viele Layers übereinander gehabt und so was. Ja, okay, okay, okay. Trotzdem war das Low VFX, muss man dazu sagen, weil so viel mehr hätte der nicht ertragen. Ich weiß, und der aber auch. Aber für damals war das so ein bisschen krasse VFX. Aber es waren voll viele Ebenen, wobei, du kannst jetzt auch voll viele Ebenen in CapCut kannst du so... Aber so, weißt du, was ich meine? Wir diskutieren darüber. Okay, ja. Es ist so ziemlich krass. Ja. Und definitiv Display und sowas ist viel besser. Ja. Keine Ahnung. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, wir sind an einem Punkt, wo wir diese Leistung schon fast gar nicht mehr brauchen und die das eigentlich jedes Jahr so ein bisschen draufpacken, um ein neues Modell vorstellen zu können. Es sei denn, du bist Gamer, bringt dir oftmals sogar diese überkranke Leistung irgendwann gar nicht mehr so viel. Aber was ist, wenn wir diese Leistung dafür nutzen würden, um so eine Glasses zu powern? Denkst du nicht, dass sie das machen? Also denkst du nicht, dass es die... Na, sind die nicht voll in die Richtung gegangen, dass alles an Technik in der Brille steckt? Weil die Brille könnte ja viel, viel kleiner sein, wenn wir nicht in Richtung Brille alone gehen würden. Weißt du, was ich meine? Ach so, du meinst, dass alles auf deinem Handy stattfindet und bloß zur Brille projiziert oder was? Also so mäßig, dass das ist dein Prozessor. In der Brille hast du nur noch so die Displays und vielleicht ein, zwei Sensoren, die du brauchst für Gestik und alles drum und dran. Wahrscheinlich brauchst du ein paar mehr. Aber du brauchst nicht mehr Prozessoren, Speicher, vielleicht Kühlung, all das um deinen Kopf drumherum. Weißt du, was ich meine? Weil wenn AR in eine Richtung geht, dass es wirklich ein Wearable wird, dann würde es, glaube ich, alles übernehmen. Wir sehen ja sowieso jetzt schon alles aus einer anderen Perspektive und so für dich war ein Geschehen, sah das anders aus als für mich. So jeder nimmt alles etwas anders wahr. Jeder nimmt, weißt du, was ich meine? Und jetzt kannst du noch so ganz andere Sachen sehen, die vielleicht nur du siehst, wenn du draußen läufst und jeder sieht so ein bisschen was anderes. Weißt du, was ich meine? Ja. Da sind wir doch viel weniger auf einem gemeinsamen Nenner, oder? Weiß ich nicht. Du, warte, du sagst quasi gerade, weil wir alle Brillen aufhaben, nehmen wir die Welt anders wahr? Ja. Aber ist das nicht mit unseren Handys jetzt auch schon? Unsere For You Pages als Beispiel? Ja. Auch alle unterschiedlich? Ja. Aber jetzt stell dir vor, sagen wir, also wie gesagt, wovon ich rede ist, irgendwann sind so normale Glasses rausgekommen oder sogar vielleicht Linsen. Nee, wie heißt das? Kontaktlinsen. Kontaktlinsen. Das ist rausgekommen. Und das so richtig krass. So wie, so weißt du, 4K-Display, all so ein Shit. Und jetzt kann jeder draußen rumlaufen und jetzt vergehen Jahre und paar Jahre und immer mehr Apps und Applications kommen raus. So, du weißt doch, zum Beispiel so, es gibt Dark Mode auf dem Handy. So, weißt du, der eine hat Dark Mode an, der eine nicht. Der eine, zum Beispiel, vielleicht macht er sich einen Sonnenhimmel, also einen sonnigen Himmel, während es draußen gar nicht sonnig ist. Aber er macht das mit Dings. Also weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst dir so Stück für Stück die Welt anders faken, als sie ist und Sachen einbauen und je nachdem, wie individuell möglich das ist, sieht doch die Welt für mich ganz anders aus als für dich. Das meinte ich. Ach so, ja, also sicherlich. Ähm, und bestimmt wird's auch Sachen geben, die uns jetzt gar nicht einfallen, weil wir nicht, also weil wir nicht mal drauf kommen, dass das eine Möglichkeit sein wird später. Ähm, ja, bestimmt werden wir alle die Welt anders wahrnehmen. Ich glaub aber, also ist das zwingend was Schlimmes? Es muss ja nicht immer was Schlechtes sein, dass man andere Sichtweisen und Perspektiven hat. Eben. Wahrscheinlich hilft das uns ja sogar, wahrscheinlich ist es das eins der größten Waffen, die wir haben, die uns so intelligent macht, weil wir mehrere sind, die alles mit anderen Gedanken gehen und Winkel betrachten können. Ich dachte nur irgendwie, weil das vielleicht auch häufig die Grundlage von Streit und Missverständnis sein kann. Mhm. Und wenn's dann noch extremer wird, dass man noch mehr die Grundlage... Also, was natürlich auch krass ist, vor allem ist, dass wenn es so ein Wearable wird, wie du's grad genannt hast, also quasi etwas, was man dauerhaft... Also, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie an einem Punkt kommt, wo man's dauerhaft drin hat, oder... Also man ist ja jetzt schon, wenn man so auf seinen Screentime guckt, irgendwie so am Tag, wo man wach ist, also die neue Generation, und also selbst wir, aber so vor allem die neue Generation, so die Hälfte der Zeit, die sie wach ist, ist sie so am Handy. Ja. So, und wenn das dann noch mehr wird, dass du quasi 90% deiner Zeit an irgendeinem Gerät angeschlossen bist, und eigentlich nur so nicht angeschlossen bist, wenn's nicht anders geht, keine Ahnung, du musst zum Arzt oder so, weiß ich nicht, dann werden Firmen natürlich noch mehr Einfluss haben können auf Menschen. Und man ist einfach noch mehr plugged in to the system, so. The Matrix. Aber in gewisser Weise, ja, also, und das ist halt schon crazy auf jeden Fall. Das muss nicht zwingend immer schlecht sein, da werden auch viele gute Sachen von kommen, bestimmt. Aber es ist auf jeden Fall auch so, dass das... Also da, es wird auch dann safe so ein Generationsding werden, mit so Leute, die jetzt Gen Z sind, aber dann zu dem Zeitpunkt dann so, keine Ahnung, älter sind, werden dann so, boah, in unserer Zeit hatten wir halt Handys, aber wir haben halt auch mal in die Luft geguckt, so. Und die werden so sagen, hä, das ist für alte Knacker, Mann, geht mit der Zeit. VR. Wir haben voll viel über Apples Produkte geredet. Ja. Aber ich finde das auch todesaufregend. Es ist cool, es ist cool. Also, also VR an sich, als Brille ist ja jetzt nichts Neues. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Apple auch nicht die einzige Company ist, die an sowas gerade arbeitet. Die haben dann anscheinend jetzt einfach geschafft, die Ersten zu sein, die das angesagt haben. Ich weiß, dass zum Beispiel auch Facebook, beziehungsweise, nein, Entschuldigung, Meta gerade richtig hart dran arbeitet. Ja, ich hab kurz daraus so ein Video von Mark Zuckerberg, so richtig nervous. Hey, guck mal, unsere Brille. Echt? Ja. Hat der schnell gedroppt oder was? Also, ich hab ein Video gesehen, wo er so Sachen vorgestellt hat und das Video sah richtig drecks aus. Achso. Oh, sorry, erzähl weiter. Achso, aber war das jetzt, war das ein älteres Video oder war das jetzt auch jetzt schnell? Ich weiß nicht, ich war nur so auf TikTok. Ich sehe so gerade so ein richtig krasses Video dazu und dann so, ich scrolle so ein bisschen weiter, da ist so Mark Zuckerberg. Ah, ist voll cool, ne? Oh ja. Weil er spielt so Spiele. Und sagt so, wie cool das ist. Aber die Spiele hatten voll die Kack-Grafik. Ah. Und das könnte für dich so vielleicht suggerieren, ah, die Brille ist kacke. Das sagt ja nichts theoretisch darüber aus. Aber du hast so die Animation davon hingesehen. Egal, erzähl weiter. Ne, ne, das war es eigentlich schon. Also, ich weiß zumindest, dass viele in dem Space, also in diesem Bereich, so Silicon Valley und diese Spaces, ich kenn mich gar nicht damit aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese Industrie sehr hinterher ist und gerade wirklich versucht, auch so die Ersten zu sein, die eine Brille auf den Markt bringt, die legit ist, weil alle versuchen quasi das zu schaffen, was damals sogar Apple geschafft hat. Mit, ähm, also die waren nicht die Ersten, aber mit Smartphones waren sie schon mit so... Die Ersten Richtigen. Die Ersten Richtigen, ja. Und danach gab's dann so Zune und so. Was? Ne, das war bei iPod war das noch. Es gab iPod, der hat richtig reingehauen. Ja. Und dann gab's von Sony Zune. Zune? Ja, Z-U-N-E. Kenn ich nicht. Und so, die waren so, haben so richtig Marketing reingestellt, waren so, Zune, let's go! Und es hat so nicht funktioniert. Wie du merkst. Äh, ist es nicht sogar ein Running Gag, dass so, ähm, ich glaub Star-Lord hat ein Zune. Ach so. Weil er ist ja nicht auf der Erde, aber kriegt, aber er hat so Erdensachen und hat so ein bisschen was mitbekommen und er hat so mitbekommen, ah, Zune, das ist voll krass so und er benutzt die ganze... Genau, und man versucht halt einfach die erste Firma zu sein, die das auf den Markt bringt, weil dann wirst du halt Marktführer und das ist halt ein riesen... Vorsprung. Das ist halt ein riesen Ding. Dann kommt auf einmal Huawei um die Ecke und so, haha, you bitches. Ja, also es gibt auch... Ich weiß auf jeden Fall, ich hab das früher schon mal gehört, dass immer, das ist halt voll schlimm, aber anscheinend bei so einen technologischen Innovationen gewinnt, immer immer die, die Marke, die es schafft, als erstes Pornos rauszubringen. Ja, macht irgendwie Sinn. Also ich weiß zumindest, dass früher, als wir jünger waren, gab's DVDs und danach gab's was zur Auswahl? Zwei, zwei verschiedene Sachen. Blu-Ray? Ja. Und, äh, äh, was war das? Laser? Nee, nicht Laser Disc. Wie hieß das? Ähm, ja siehst du, wir haben es schon vergessen. UHD irgendwas. Okay. Es war auf jeden Fall Blu-Ray und noch so eine Art Disc. Und die waren richtig in Konkurrenz. Ach so. Und so, die sollten jetzt so DVD ablösen. Und dann hat so Blu-Ray anscheinend so ein, ich glaube, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber irgendein Deal mit irgendeiner Pornodistributionsfirma irgendwie geschlossen. Und dann war so, warte mal. Die haben die besseren Probe. In 4K? Also, ich weiß nicht, Apple ist ja auch eigentlich nicht unbedingt eine Marke, die sich mit sowas, äh, brüstet. Verstehst du? Das heißt, vielleicht könnte so ein Huawei oder so um die Ecke gucken. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich kenn mich auch nicht aus. Denkst du, wir laufen eher auf Matrix zu oder eher auf Ready Player One? Also, wenn, schon eher, ach so, meinst du, weil AI auch so am Start ist? Also, was ich halt glaube, ist, dass auf jeden Fall Künstliche Intelligenz und VR zusammen, ähm, extrem viel entschlüsseln wird. Also, allein sowas wie, zum Beispiel in dem Film Blade Runner 2049 ist das so, ähm, dass der Hauptcharakter hat eine, eine künstliche Freundin. Der heißt, glaube ich, Joy. Und in dem Film ist das zwar ein Hologramm, aber in VR wäre das quasi genauso. Er hat einfach so ein Device, macht das an und dann ist sie einfach bei ihm. Sie ist einfach so neben ihm und er redet mit ihr und er hat auch so, entwickelt auch Gefühle für sie und sowas. Und es scheint auch so, man, also im Endeffekt wissen wir es nicht genau, aber bei Blade Runner ist ja eh das Ding mit Künstliche Intelligenz, ist das Leben oder nicht Leben? Darum geht's halt in den Filmen. Ähm, aber sie scheint auch Gefühle für ihn zu haben. Aber sie ist halt nicht echt, sie ist halt ein Hologramm quasi. Und zumindest innerhalb von VR dann so eine Partnerin zu haben, die aber auch so mit dir sprechen kann und, und wirkt, als wäre sie ein Mensch. Und sie sieht auch noch aus wie ein Mensch, weil sie ein Hologramm ist oder in VR ist. Oder AR, sogar noch krass. Das heißt, du kannst zu Hause sein und sie sitzt bei dir zu Hause. Ja. Oder er oder was auch immer. Das könnte auf jeden Fall zum Beispiel was sein, was zumindest Auswirkungen haben könnte auf die Gesellschaft. Ich weiß nicht, inwiefern. Jede neue Entdeckung bringt so viele Richtungen, in die man gucken kann, in die vorher gar keiner geguckt hat. Ja. Und es ist voll interessant immer, was Neues wird unlocked, welche neue Gedankengänge und sobald etwas da ist. Mhm. Weil zum Beispiel, ich habe neulich etwas darüber gesehen, dass, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das für das lange Leben ein wichtiger Faktor war oder für glücklich sein. Aber es ging auf jeden Fall darum, dass eins der wichtigsten Sachen im Leben, wenn es darum geht, ist, dass man Menschen um sich herum hat, dass man Beziehungen pflegt, auch mal vielleicht in Gruppen ist und so weiter und so fort. Das ist wohl eins der wichtigsten Sachen, weil so Einsamkeit einen so richtig zerrt. Auch wenn es vielleicht nicht die beste Lösung ist, ist es vielleicht wie manche, die so sehr Probleme damit haben, vielleicht eine Lösung, dass die jemanden um sich herum haben, der wirklich halt anregende Gespräche theoretisch führen kann oder dich trösten kann oder weiß nicht, so ein Scheiß. Das ist interesting auf jeden Fall. Bisschen gruselig irgendwie auch. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob das nicht eigentlich so Psychosen und so ein Scheiß, weil erstens, stell dir mal vor, du verliebst dich in diese Person, dann wirst du wahnsinnig, weil du dann die ganze Zeit, scheiße, hat sie wirklich Gefühle für mich oder ist das einfach nur die AI, die pretendet oder ist die sentient geworden und so, die hat Gefühle für mich. Das macht dich schon mal wahnsinnig. Na zweitens, du kannst diese Person, du bist verliebt, aber du kannst sie nie anfassen, sei es nur ein Kumpel oder Freund oder sowas. Vor allem, was ich auch gerade überlege, ist, ob man dann nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass, also du kannst ja quasi, könntest ja theoretisch eine Person erstellen, die deinen perfekten, also die einfach optisch für dich perfekt ist anscheinend. Und auch vom Charakter anscheinend dann perfekt ist. Und dann so, ob man dann an einen Punkt kommt, so, warum sollte ich mit echten Menschen zu tun haben wollen, die einen immer nur enttäuschen. Also bis zu dem Punkt dann wahrscheinlich, weil du die spüren kannst. Aber wenn man dafür noch eine Lösung findet. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Hat so deinen Humor, ist so voll, ist selber auch voll witzig, ist so, hat zufällig genau deine Interessen, weil du kannst ja auswählen. Ja. Ist so genau, hat so alle Glaubenssätze, die du auch hast, also alles und sieht auch aus wie die Traumperson in deinem Kopf. Also wirklich egal, also egal wie absolut, einfach jede Person hat dann einfach Zugriff auf solch eine Person. Ah, Bro. Was ich meine? Ja, warum? Weißt du, wohin das wahrscheinlich eher laufen wird? Wohin? Auf die Mischung. Auf die Mischung? Ja. Was heißt die Mischung? Du kennst einen Menschen und er pleitst AR. Ah, wie bei Blade Runner. Bei Blade Runner, Spoiler für den Film, der ist schon ein bisschen älter, das ist ja auch kein riesiger Plotpoint. Moment, aber genau da war das Problem, er ist sie verliebt und er kann sie aber nicht berühren. Und sie, nicht er, hat eine Frau engagiert, die gegebenenfalls für Geld gewisse Dinge tut und hat dann quasi sich mit ihren Körperbewegungen synchronisiert und war quasi, die waren so ineinander, also die waren so übereinander quasi. Oh, crazy damit. Und so, es ist so voll die absurde Sequenz, sieht auch voll verrückt aus, so Visual Effects mäßig. Ja, und dann wurde genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Normalerweise beenden wir die Folge damit, dass wir sagen, hey, folgt dem Podcast, falls ihr es nicht schon tut. Ich wollte aber diesmal mal was anderes fragen. Und zwar, falls ihr regulär den Podcast hört, egal auf welcher Plattform, und diese Plattform bietet die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, würden wir uns echt über eine Bewertung freuen. Also, das dauert so eine Sekunde, das muss man auch echt nur einmal machen. Eigentlich ganz gut. Ja. Folgt uns auch gerne auf Instagram, at ariali, at jsamuels. Und ansonsten würden wir sagen, hope to reason, peason, and goodnight San Francisco. Let's go. Wenn es sch mineralisiert, ist das für heute angefühlt.